hallo freunde chris nauter von swisschief hd hier und heute mit dem dritten match vom wäger spiel gegen skillfake hd aka ronny ja da tut es mir noch leid ich habe zwar schon geschrieben aber ich will es noch mal sagen dass mir leidtut dass ihr die ganze zeit den gegner also das gameplay vom gegner sieht also ihr seht ja immer das dreieck beim gegner anstatt über meinen spielern und ich will mich dafür entschuldigen mein elgato ja mein elgato mein elgato es ist immer das gleiche das dumme elgato gerät nimmt nicht auf oder mein pc ich weiß es nicht ganz genau ich habe mir ja einen neuen pc gekauft seit einem monat der ist aber immer noch nicht gekommen habe schon angerufen wahrscheinlich werde ich mir einen anderen pc kaufen weil ja ich will eigentlich jetzt mal jetzt dann bald mal einen neuen pc haben und nicht immer die gleichen probleme haben da hoffe ich dass das spätestens bis fifa 14 rauskommt dass ich da noch im pc habe und dann alles wieder rund läuft dann als nächstes will ich sagen dass dass ich in der nächsten zeit die giveaways also die giveaways sind jetzt geplant dass ich die langsam anfangen also das giveaway von meinen spieler das wir ich weiß nicht genau wann es anfangen wird aber das wird sicher in nächster zeit kommen da ich ja im pinkslips nicht so viel verloren habe wie ich vermutet hatte bis jetzt könnte es noch gut sein dass es das eine das ja das eigentlich fast alle spieler in ein giveaway involviert werden also dass ich zu ziemlich jeden spieler weggebe da ist natürlich wieder ronaldo ist natürlich da wieder ausgeschlossen muss man schauen wie ich es noch mit ihm mache weil ich will ihn eigentlich gerne behalten ronaldo ist ja mein liebiges spieler aber da muss ich noch schauen wie ich es mache aber die anderen spiele würde ich sicher weg geben also team of the year team of the year ramos und team of the season tiago silva sind da die besten spieler aber auch die anderen spieler kann ich weggeben wie in form syrigo und so weiter sei ich wollte euch da eigentlich nur kurz eine info geben und ja ich ihr wie ihr seht im spiel hier bekommt der gegner also roni bekommt hier eine rote karte und dann bricht er das spiel dann auch gleich ab und also er bricht es eigentlich nicht ab weil seine ps3 eingefroren ist und darum haben wir noch mal ein match gespielt noch mal einen und der solltet ihr auch also der ist auch auch schon online das heißt ihr könnt ihn auch gleich anschauen ich hoffe ihr hattet spass an den regular matches und wir sehen uns beim nächsten mal ciao